lieber hier einfach dal��� der unter dem hallo herzlich willkommen zu einer neuen folge the witness letzte folge waren wir haben wir sind wir herumgelaufen und versuchte noch irgendwie ein puzzl zu finden dass ich irgendwie noch nicht was ich hier wohl in die weiterkomm und wir haben versagt ja und diese folge werden wir das wohl weitermachen müssen nicht mal war mir wohl schlecht mal noch habe ich nicht so richtig gefunden das hatten wir auch schon probiert da weiß ich auch nicht so recht was war das hier da wusste ich auch nicht denn auch noch mal schauen oder geht es nicht so wäre unterlaufen das spiel kann ja nicht runterfallen und das wirklich nicht oder sind da aber nur wände gemacht von den spielerstellern wenn ja falls sie es irgendwo vergessen haben das gibt es ein speedrun oder so dann die leute da zeigt bestimmt jemand wo es vergessen wurde oder so wo man das dann ausnutzen kann dann so schnell runterfallen kann oder so mich hier dran erinnert ihr euch hier dran hier war das problem dass irgendwie die gelbe seite nicht geht ok da geht es ich wurde gerade gestört moment warte ich kurz da jetzt sind die waren schon irgendwie stehen geblieben und zwar es geht in verschiedene richtungen das heißt es verschwindet gar nicht dann wird nur unsichtbar Ich komme wieder von oben nach unten. Ich muss das mitverfolgen. Hm. Geh mal hier lang. Das heißt, wir würden so oben lang gehen. Und dann nochmal. Ich glaube, nein, ich werde jetzt dann hier. Ups. Also so, zack. Dann wäre ich hier. Dann jetzt so, zack. Dann zack. 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 Ja, irgendwie so. Allwandfrei. Ah. Muss immer mit dem Finger ein bisschen nachgehen. Ansonsten wird es echt hart. Einfach am Bildschirm entlangfahren. Okay. So, soll es gehen. Ich habe es gerade gehabt. Ah, nochmal. Zwei runter. Eins rüber. Nein, zwei rüber. Ich glaube, ich muss es ja auch das hier erwischen. Und es passt schon. Oh, das habe ich vergessen. Ach, damit ich das kriege, dann muss ich dann, ähm, so machen, soo, 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 ach, jetzt käme ich, ups, käme ich dem anderen Weg. Jetzt so? A? 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 Ist auch unsichtbar? Nein, diesmal nicht, ok. Wenn ich schwer Okay Zwei Seiten Zwei Puzzles Was? Äh, muss ich die, äh Eigentlich, dass wir nicht da so machen Nein Ich hab schon gedacht Ich muss wahrscheinlich den Patti nachmachen Nein, kann ich den aber nicht mh2 Mh2 oder nicht irgendwas funktioniert ich probiere einfach mal irgendwas genau ich muss die gespiegelt aufbauen ich muss mir das ganze ding merken weiterholen ich weiß dass es so passt ich muss mir einen ansatz merken ok ich brauche als erstes so ein erstes umgekehrt also sowas hier so 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 ganz genau fast wie sie alter das geht nicht das geht nicht das geht nicht das geht nein ziel ja gibt nur ein ziel als muss das letztes also noch mal an also 1 vor und sagt 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 immer voll ausfahren ok vor und dann im ausfall ausfahren er sollte ich da nicht raus ausfahren das ist auch normal von oben nach unten gespiegelt sollte jedenfalls in oben nach unten auch gespiegelt sein weil das ist unten und das ist oben ja dann erst mal nach oben und dann immer voll ausfahren nach oben und voll ausfahren ja geht doch das ist das ist das ist Oh, geht doch. Und diese Säulen hier. Na gut. Haben wir also. So ein komischer Schacht. Ja, jetzt wozu der gut ist. Aber da fährt was hoch. Wetter. Okay. So, dieser Ding. So unten von der Mine, ne? So wahrscheinlich auch eine Minelösung oder so. Bei diesem Land ist, die Mine war bei der Mühle. Der ist wahrscheinlich nicht da, dass ich irgendeine Lösung finde und dann, ja. Hmm. So. 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 wo finde ich dann hier die antwort muss irgendwas irgendwas halt darstellen irgendwo hier muss halt eine lösung sein für das ansonsten kann ich ja nicht wissen keine ahnung das ist echt auch noch ziemlich rätselhaft vorangekommen das geht an wenn diese lösung hier anders das geht an wenn diese lösung hier anders das kommt von der inn Gehört irgendwie alles, naja, keine Ahnung wozu Sind wir auch noch alles nicht freigeschaltet Können wir das mal anschauen, aber Kann sogar so anfangen, aber ich kann nicht, ich kann es nicht spenden Wenn man dies beenden kann, brauche ich, muss alles frei sein, ich sehe schon Hm Hm Ah, da gibt es auch noch mal die Brücke, da kann ich auch drüber gehen Prinzip hier kein Problem Kann ich mich ein bisschen Okay Mal anschauen wie mein Schatten aussieht Bei der Mühle Hier ist noch eine Brücke Hier waren noch solche random Rätsel, ne, also hier waren komplett irgendwelche einfach So wie das hier Total übertrieben Auch eins, da ist so ein Sender und ein Empfänger, glaube ich jedenfalls Je nachdem Hm Wie war das Rätsel? Das könnte ich vielleicht hinbekommen Ich kann hier auf jeden Fall gar nicht alle voneinander trennen, das funktioniert nicht Weil die nebeneinander sind, kann ich die nicht alle voneinander trennen Und zwei aufteilen Hm Deine Okay Und zwei onymous Nein hm Wax lay ich ja noch gemacht war ja auch mal ein reiz so genau das so geht es nicht oder so geht es nicht nein ja man ja Ich bin das Spiel irgendwie sehr verzwinkt. Oder auf weiß, auf gelb. Hm. Okay. 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 Hm. Die sind auf jeden Fall oben. Hm. Es gibt verschiedene Richtungen. Ich kann... Ah, ich kann noch mehr machen, ne? Ich kann mit einem Ding hier immer zwei Möglichkeiten aktivieren. Okay. 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 Ah, jetzt habe ich es geschafft. Die Seite zu öffnen. Ja, ich kann aber zwei Möglichkeiten machen. Ah. Ah. Das heißt, die zwei Möglichkeiten habe ich jetzt gerade gehabt, wo es da rein geht. Und die einzige nützliche ist von der Richtung. Und die, wo von der Richtung kommt, ist nicht nützlich. Okay. Ah, okay. Okay. Je nachdem, welche Richtung frei ist. Je nachdem, da wird dann auf aufgehen. Okay, 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 okay. Ich will jetzt mal auf der Seite aufhaben. Ja, komm, geh auf. Living da macht jetzt ein PC zu Nützungen… Ach. Ich will jetzt auch nochmal aufpassen. Ja. Oh, es wird es sagen können. Oh, nein. Danke, was mache ich. Zahlen einfach mal auf. so ein stuf Na, ich schau mal von außen Pau, Pau, Pau Nein, das war es nicht. Ah, es sind nur Grate hier. Das ist klar, hm, ich werde mal wieder ein bisschen schauen müssen, aber erst, nein, ich meine, also ich werde auf jeden Fall nächste Folge werden wir dann schauen, wie es weitergeht und hoffen, dass wir irgendwas hier finden. Also, schön, dass ich es zugeschaut habe, wir sind es in der nächsten Folge, falls ihr mehr von mir wollt, dann abonniert doch gerne den Kanal und aktiviert die Glocke, wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder und ciao.